Hallo, ich bin Nisa von Campus TV. Hinter der Kamera ist die Diana und wir sind heute für euch unterwegs. Hallo Andreas, uns interessiert es wie oft und wofür du die Straßenbahn nutzt. Ich nutze die Straßenbahn eigentlich ständig, wenn ich unterwegs bin in Bremen. Ich bin viel unterwegs. Jetzt bei dem schönen Wetter nehme ich auch gerne mal das Fahrrad tatsächlich, aber so wie jetzt zur Uni nehme ich die Bahn immer. Also ich fahre am Tag bestimmt drei, vier Strecken mit der Bahn immer. Okay und wie lange so in etwa? Unterschiedlich, meistens nur kurze Strecken, meistens nur vier, fünf Stationen, mal jetzt von mir aus aus der Innenstadt hier zur Uni ist es ein bisschen länger, es sind 15-20 Minuten. Aber ja, das sind so die Strecken der Freude. Gerade bei den 20 Minuten, was machst du da, um dich zu beschäftigen in der Straßenbahn? Ich schaue mir die Leute an. Ja? Und was genau? Ich schaue mir einfach die Leute an. Also ich finde das super spannend, gerade wenn man verschiedene Linien fährt, fahren verschiedene Leute mit, verschiedene Strukturen von Personen. Das ist total spannend. Und einfach gucken, wie verhalten sich die Leute. Was war denn für dich das eintrigsamste Erlebnis? Naja, also man sieht das schon mal, wenn Leute nach dem Feiern nach Hause wollen, dass mal zum Beispiel irgendjemand gegen die Tür kotzt oder sowas. Danke. Ja. Hey guys, for what reasons do you use the tramp? Normally to go to your home from university and otherwise, also I can say one thing, like it's free for us. Not exactly free, we have the semester ticket. It's kind of golden egg, so normally wherever I want to go I use tramp. What do you do while you go by the tramp? What activities? The first thing I will do is to check my Google Vibes. Where should I get off? Then I just look out of the window. And what do you see when you look out of the window? I see some shops, houses and people walking. I go to the university and go home. Also you use the Straßenbahn every day? Yes, of course, when I'm already there. What is that? Is that your book? No, it's an iPad. There can be a lot of people play. So do you also play in the Straßenbahn? The Straßenbahn I use every day, because I always go to the Uni Bremen. What do you do to keep your time? If you want to keep your time, then help this smartphone. Or I read a book, what I need, because I study German and English. And you have to read a lot. There are many possibilities to keep your time in the Straßenbahn. Many read a book. Some are preparing for the Uni. Most are looking at their phone and playing some games. Some are looking from the window and looking at the city. Or there are also some people in the Straßenbahn. Sometimes when I cross the Ha Ha Maya Valley. And I laugh every time. Yes, really? Really. Because it's like Ha Ha. Ha Ha Maya Valley. Vielen Dank für die Kooperation mit der Bremer Straßenbahn AG. Und ein herzliches Dank an all die Interviewten. Maybe for the supper tab. Let's meetください! cliches minus 51sec остав w HA比較mно. Chou-tv класс amples, yes! I never enduchunft. It's time to watch these pretty quick, as it goes on. I neverょう самое kann. Untertitelung des ZDF, 2020